So, kommen wir zu MOVIE. Mal gucken. So, Imagine Presents MOVIE, genau, das wollte ich haben. Von Duke und Mario. Interessante Konstellation. Machen wir nochmal Options. Change Keyboard. Was ist denn da vor mir? Change IQ. So, dann. Ja. Das ist schön. Er startet. Ah, es ist so SVOIDO Point & Click isometrisch. Okay, wir können auch nicht schießen. Ja, ja, klassische Change Controls. Geh mal einfach da durch. Kann ich mit dem Fernseher interagieren. Punch den Fernseher. Punch den Fernseher, nein. Aber wir können auf jeden Fall schon mal punchen. Das ist gut. Plattenspieler steht so auf dem Boden. erst reden, erst reden und dann schlagen, genau. Würdest du mal? Äh. Hallo? Nicht traurig in die Ecke stellen. Nein. 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 Nicht so rum. Andersrum. Nicht so rum. Gut. 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 Das sind träge Tank Controls, was die Sache natürlich noch lustiger macht. Okay, kaputt machen die nicht. So, Movie spielt in New York City der 30er Jahre. Wir haben die Rolle von Jack Marlowe, ein privater Mittler, das dachte ich schon. Genau, und wir müssen den Mobboss Bugs Mellow oder Mellow und wir brauchen Audiotipps dazu und wir brauchen Tanja, wer auch immer Tanja ist. Sie hat einen, ach das ist ja geil, sie hat einen Zwilling namens Vanya und der ist natürlich, das ist natürlich die böse, die große Femme Fatale. Natürlich. Okay. Fliegende Stühle, das ist bestimmt total normal. So, es darf wieder... Komm her. Fistfight. To the death. Das ist so schlimm. Alter, macht das Laune. Auf weg. Ich bin der geilste. Ich bin der Killing Machine. Ich bin der Killing Machine. Toll. Mexikon Stand Off. Ja, fast. 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 Die Sierra Noire Edition. Genau. Es spielt sich ein bisschen träge. Ich weiß nicht, ob ihr das mitkriegt. Also es ist sicherlich ein Game, wo... Was ich auch zocken würde. Vielleicht auf einer anderen Plattform. Jetzt nicht unbedingt auf dem Specki, aber... Also ich schließen, muss ich sagen. Na komm, dreh dich um. Ahhhh. Ahhhh. So, jetzt... Immer mit in die Fresse rein. Sei ein Friedenspanzer, sozusagen. So, im Hintergrund brüllt irgendjemand Adrian. Aber... Kennt ihr noch von Klaus' Lage Faust auf Faust? Also... Ahhhh. Ich bin... Killing Machine. Okay, da geht's nicht weiter. Der wusste, dass ich komme. Der hat dann schon Agent Smith umgebaut. Der hat dann schon Agent Smith umgebaut. Na komm, dreh dich! Jetzt Punch! Komm, gib auf! Jawoll! Ich seh schon, ich spiel das noch durch. Okay. 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 Klar. So, das ist ein Präsentationssaal. Die Motivationskammer. Vom Paten oder so. Boah, das ist auch nix. Safe kann ich bestimmt nicht öffnen. Abbrechen. Ah, da kann ich... Nö. Ach, A war bestimmt Abort. Abbrechen. Ja. Das war... Movie. Immerhin 0,02 Prozent. Oder 0,02 Punkte. 7 Prozent. Es gibt Parteien, die würden sich freuen bei 7 Prozent. Aber... Ja. Das war Movie. Mal gucken, was haben wir als nächstes auf der Liste. Bede. Ja.